Abgehebeleute, willkommen zu mittlerweile, ich weiß gar nicht wie Film zur Folge von Netflix, was jetzt dann, Reizhoffs jetzt dann, mit dem SD-Offs zurück. Wir sind heute in den, äh, letzten Sekunden, äh, dann schwer. Und eigentlich könnten wir mal, einfach so einen Spaß mal, das Spiel zu suchen gehen. Nachnamen, oder warte mal, den, hm, ich weiß nicht, ob man spielen, den ich nicht holen könnte. Also, ich gucke mal in die zweite Bundesliga, zum Grotte, zu Grotte führt, zu Herstattung, nochmal zu. So, so, ich weiß gar nicht, ob du da trinkst. Wie kostet denn der? Anfrage, Verkauf, einfach mal so. Wie viel ist denn der Wert? Der ist, der Wert steht gar nicht da. Ich, hab echt keinen Plan, wo man hier, äh, gucken muss. Wir geben denen einfach, was geben wir denen. Aber der ist, zentral ist offen, wie sie sich gefällt. Ach, ganz fass ist los. Ach, ich hab meine Kontrolle wieder dran. Und den könnten wir denn anbieten. Den brauchen wir denn nicht. Den Bahntel brauchen wir eigentlich nicht. Dann gehen wir noch auf den 100.000, hm. 100.000, sagt sie, das ist zu wenig. Das ist ein wichtiger Stammspieler. Kann man das nicht irgendwie separat eingeben? Dann, wir geben denen 1.700 plus den Bahntel. Also, wenn sie das nicht annehmen, sind sie zu schuld. Angebot absenden. Trainer, Kauf und Oleg. So. Ja. Ähm, ja. Den brauchen wir nicht. So, dann gehen wir mal auf Weiter. Und im Büro wurde etwas gemailt. Da müssen wir jetzt natürlich auch noch hinschauen. Mit heute ein bisschen... Okay, der kommt nicht. Ähm, wir überspringen das jetzt. Achso. Ähm, wir überspringen das jetzt einfach mal. Und gehen... Zum, oh, zum nächsten Spiel, zu Hannover. Ähm, ja. Achso. Ups. Nein. Oh Mann. Deswegen kommt glaube ich noch nicht klar. Weil die falschen Dinge sind. So, jetzt. Haben wir denn gegen Nürnberg gespielt? Oh Mann. Nehmen wir kann mir noch auf. Habe ich wieder nicht speichert, oder war das so zu sagen? Und entschieden. Ich glaube wir haben so auch... Oh Scheiße, ich speichere die ganze Zeit eigentlich. Abgelaufen. Inverfügung. Wer? Hat an der Uhr gedreht. Heute zu Hause für Österreich. Okay, cool. Okay. Tschechien und Indien. Interessiert uns nicht. Wir müssen selber gucken, dass wir hier weiterkommen. Und wir müssen gegen Hannover. Nachricht von Spielern. Ich bin einsatzbereit. Oh, cool. Der ist jetzt einsatzbereit. Gucken wir gleich mal, ob der 100% fit ist oder nicht. Aber dir, der kommt jetzt einfach mal hierfür... Wir sind hier so schlechteste von denen. Für dich. Der Planzeboy bleibt drinnen. Dann können wir den jetzt mal wieder einwechseln. Und wir müssen jetzt gegen Hannover. Und wir spielen... Und wir spielen in den... ...weißen Dekos. Spielen ist dumm. Ich habe jetzt... ...mich nochmal eingespielt mit dem Controller. Und wir müssen jetzt noch schnell kurz hier so machen. Okay. Okay. Schuss war... War das Schuss oder war das kein Schuss? Gott, ich werde jetzt erst mal ein bisschen verkacken, glaube ich. Aber jo. Und los geht's. Das ist passen. Das ist verlangen. Das ist auch passen. Das ist passen. Da müsste eigentlich... Das... Das... Das schuss. Das ist ja nicht. Wir haben viel Staten. Das ist ja nicht. Also... Drei Punkte sind Pflicht. Das war richtig gut. Oh man. Wachstenschneider, der schneidet immer was. So, los geht Hannover. Wir müssen das Spiel gewinnen. Wie schon gesagt, Hannover hat auch ein Vielstart gemacht. Hinter sich. Macht hinter sich. Das heißt, wir müssen das Spiel mal gewinnen, damit wir hier geil fühlen. Äh, vielleicht. Nein. Nein, warum? Ach, komm, der Cheto. Falsenbräcker. Klammern. Scheiße. Er mich auch verletzt in den letzten Videos und das so nicht aussieht, äh, das dunkle, das mein Gesicht dunkel ist. Das lag daran, dass ich halt die Fenster nicht offen hatte und wenn ja, dann war es so nicht dunkel oder sichtet anhatte. Das hat tatsächlich geregelt. Außerdem, ich wollte eigentlich das Licht anmachen, weil die Glühbirne kaputt und ich wollte jetzt halt noch schnell aufnehmen. Und wollte keine Glühbirne wechseln. So sieht es aus. So, ne. Andreas, das ist der, der doch mal so übelst lang verletzt, dann die Kreuzbahn riss und dann hat es sich wieder verletzt, wenn es das Spiel vermies eigentlich. Nein. Nein. Oh Gott. Oh Gott. Okay, X ist tatsächlich Frank. Das sind jetzt mittlerweile hin. Und dann eine Bayer. Oh Gott. Ich wollte vielleicht, oh Gott, das dumm ist, ähm, ich habe nicht dieselben Tasten Einstellungen wie auch in meiner PS3. Okay. Muss ich eigentlich mal, muss ich endlich mal übernehmen, dass ich hier richtig gehalten kann. Oh, leckere ich, fehl, 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 oh Gott, oh Gott, oh Gott, nein, oh Gott, schweze, 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 nein, oh nein, oh nein, oh nein, ah. So ein Scheiß. Fehler durch mir, durch mich, dein Dreck. Und wir liegen jetzt nur hinten. All den Job. Da läuft keiner. Noch kaum. So ein Scheiß, ey. Festenbrocken, klar war. Oh, man, bloß werde ich mich hier vertippt haben, ey. So ein Scheiß. Nein. Ich bin zu schlecht. Oh, da habe ich ein Spiel, habe ich bloß da, glaube ich, gewonnen. In dem Let's Play ist es so schlecht, einfach nicht. So schlecht. Werner. Werner. Werner, werner, bobertieren. Dann tu mal zwei Stimme rein. Jetzt lasst mich doch mal zum Tor, ihr Mundo lieben. Okay, das ist Tekken. Also normal Tekken. Tekken, tekken, tekken. Nein Tschüss 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 Na Mein Gott Behalt doch mal den Ball Du lobelst Wann wir mal ein wenig sicherer Wann wir mal hinterher Furcht Sch Kommt der durch Nein Das ist da rein Sch Abziehen So hier Das komm jetzt mach doch mal Ah Zitzt dich durch Nein No Das macht mich nicht Furcht Und ich will die erste Halbzeit wieder rum und werden noch Keinen einzigen Tusch Schuss Wir sind in der Hälfte des Gegners Aber irgendwie blöden Ball nicht ins Was macht denn der Was macht denn der LOL No 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 Schnell Entschuldigung Keine Ach Gott ey Altie 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 K Entschuldigung Altie gren Altie 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 Feld Das war Und mal wieder mit einem scheißblöden Fehler, dann mit einem scheißblöden Fehler von mir, zurück. Und wir ändern jetzt mal die Formation. Und zwar hier. Also nicht, ich freu ja auch. So, Kader. So, Moorick kommt hier hin, dann kommt der raus für Bobadier. Wenn wir der Bobadier besser sind, dann kommt der in die Stimme Spitz ein. So, und das wird noch, wir müssen die Niederlage verhindern. Sonst wird das ganz schön mies. Wenn wir das jetzt auch noch verdienen. Am Ende werde ich noch gefeuert. Oh mein Gott, das wäre das für Let's Play. Nein. Nein. Dann fucking in. Nicht hier. Nicht heute. Nicht schon wieder. Müller. So, auch zu lecken. Das ist eine große Herausforderung. Aber wir haben. Ach, komm. Mann. So, ein Scheiß. Bobadier. Ich bin doch. Nicht, verdammtes. Ach, komm. Gib mir den Ball. mit mit dem Ball und auch gut kommen bitte nur ein Punkt reichen ich will nicht verlieren Abschiedskampf verlieren ist immer das Schlechteste was machen kann Puh ich wollte schon weinen Nein und Daniel Bayer ich bin im Absicht aber es war effektiv die Doppel die sie in den Mann mit dem Wochen ich will nur aus dem Spiel die Doppel und durch jetzt ist die Stühle Schwarz von Nein, ich bin hell gesehen, aah, ich back mit, oh, komm schon, Ecke, Werner, Brucker, Daniel, oh, aah, Daniel, Achtung, das könnte ich immer kotzen, jedes einzelne verdammte Mal, das ist nicht mehr lustig, komm, schnackel dich doch mal, du Hammel, boah, wie ich mich ankotze, wie ich mich ankotze, da hatten wir endlich mal zwei Chancen, dann fehlt einfach der Toraufschluss, haben wir noch irgendwen, den wir rein wechseln können, wir könnten den Mölders mal raus, den Banzer schon, weil der Banzer ist fitter, als der Mölder, vielleicht bringen sie uns, ich hab noch nie zwei Stimmen eingewechselt, oh Gott, dann haut's den Hüllen, nr aaaah, komm schon, Attacke, oh, du wirst, nein, einwurf, komm, komm, kommt, komm, fläugend, bitteln, ein blödes Tor, nicht bei schlagen probieren jetzt nicht durch Frank Frank Hopf nein und umgekehrt das ist schon wieder abgefangen die minuten und wird kommen bei Nein Ah Wer ist denn der Ball? Das ist unfassbar Nein, dann verdrück ich mich, dann verdrück ich mich eiskalt Komm, hol den Ball Nein Nicht schon wieder verlieren Gehen wir haben wir eigentlich gewonnen Gegen Bremen? Gegen Bremen haben wir gewonnen Und gegen Dortmund Ein bisschen Punkte 5 Punkte sind in Nürnberg Nicht vergessen Komm du Stöpfel Das gibt's nicht Das ist unglaublich Die haben alle kennengelernt Komm noch mal Angriff Wir haben noch Zeit Ich fülle mich mit dem Schicksal ab, dass wir jetzt dieses Spiel schon wieder verlieren Das hat die Ich fülle mich mit dem Schicksal bei der Die Versuche zu verstören Der Gewicht jetzt dafür Thomas das Wittling Erkenn Und hat den Bank Als die Wancen Nicht abheifen Nicht abheifen Komm bitte den einen Angriff Dreh Ach Warum pfeift der ab? Japp Pfeift der einfach ab NAAAP Wir füllen schon wieder um die die und die gegen wen haben wir gespielt? Hannover wir hätten jetzt 8 wir hätten auf Platz 10 ja Leute dann speichere ich jetzt noch dass ihr das alles seht das nicht äh let's play jo jo dann sehen wir uns nächste Woche nächsten Samstag und ja danke fürs Reinschauen und tschüss